Das ist übrigens Paul. Das ist unser Paul, genau. Aber wenn er nur im YouTube-Kanal landet, dann ist er ja nicht schräg. Geht nicht in die Öffentlichkeit. Also wer im Wuppertal richtig gutes Foto-Equipment braucht? Paul kennt sich aus. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Da sind wir wieder, besser gesagt. Wobei, jetzt seht ihr gerade mich, Conny ist gerade unterwegs. Erstmal Entschuldigung, dass es gestern keinen Vlog-Beitrag gab. Aber es lag einfach da dran. Ich war gestern den ganzen Tag in einem Videodreh. Also ich habe eine Freundin, die will einen Imagefilm für ihre Firma haben. Und da hatte sie mich gebeten. Und da war ich gestern den ganzen Tag in der Firma und habe den ganzen Tag Sachen aufgefilmt. Und am Donnerstag geht es auch nochmal weiter. Dann nehmen wir nochmal eine Session auf. Und ich war in der Tat erst gestern Abend, ich glaube halb zwölf, zu Hause. Jo, jetzt war ich gerade schon in Düsseldorf. Neue Klienten angenommen. Und jetzt geht es gleich zum Saturn. Wie ihr seht, mein Gorilla-Pod, der große für meine Sony, der ist leider kaputt. Das heißt, hier ist zwar ein Drehgewind und hier ist auch das passende Gegenstück. Aber, also auch mit allen möglichen Tricks. Es hält nichts. Ja, ich muss mal gucken. Also ich würde heute ganz gerne schwimmen gehen. Mal gucken, ob ich das heute hinkriege. Ich kann es noch nicht versprechen. Auf jeden Fall liebe ich diese Jahreszeit, die jetzt gerade anfängt. Ich weiß nicht, ob ich es heute mal gesagt habe. Aber ich bin ein totaler Spätsommer-Früh-Herbst-Fan. Also da geht mir mein Herz auf. Ich hatte vorhin meinen Termin in Düsseldorf und es ist schon ein anderes Licht. Es ist warm, aber irgendwo so zwischendrin kommt auch nur mal so eine kühle Luft umher. Und ich finde es einfach nur schön, wenn sich auch so die Blätter verfärben und das Licht so eine andere Atmosphäre hat. Und hier geht's ein bisschen wie das. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Na 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 Der lässt sich nicht mehr verschrauben. Und das ist ärgerlich. Das ist nicht gut. Mit zwei Füßen steht das schlecht. Das stimmt wohl. Das ist unser Paul. Wenn er nur im Youtube-Kanal landet, dann ist das ja schön. Das geht nicht in die Öffentlichkeit. Wer im Wuppertal richtig gutes Foto-Equipment braucht? Paul kennt sich aus. Dann ist das ok mit dir. Ich denke, ich werde ein bisschen Hilfe von der Horn-Saxon brauchen. Ist das ok? Ja! Und das geht ein bisschen wie das. Hier geht's! Das ist Service bei der Tour. Das ist Service von Paul. Genau, Service von Paul. Hier geht's! Anzeige! Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal! Da ist er! Ist wieder komplett. Wir waren gerade bei Saturn und der Paul hat es ausgetauscht. Danke Paul. Und wie gesagt, wenn ihr was Gutes haben wollt, Saturn im Wuppertal Elberfalt. So, jetzt geht es nochmal ab nach Düsseldorf. Ich habe wie gesagt ein Treffen. Da bin ich wirklich froh, wenn ich heute zuhause bin, weil mir fehlen irgendwie so 8 bis 12 Stunden Schlaf. Morgen früh geht es dann wieder schwimmen. Heute Abend ganz gemütlich, neue Felge von der Big Bang Theory. Da freue ich mich auch schon drauf. Wie ihr seht, bin ich wieder zuhause. Termin war erfolgreich und jetzt geht es ab in den wohlverdienten Feierabend. Morgen geht es dann auch wieder zum Sport. Mal gucken. Vielleicht zeige ich euch ein bisschen mehr vom Sport. Ich hoffe, das ist keine Drohung für euch. Also ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Danke schön.